Servus Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es los, Teil 1, die Hardware. Ich starte eine dreiteilige Serie zum Thema LED-Bastelein mit W-LED und damit ich in meinen Videos nicht immer auf andere Videos verlinken muss, die eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun haben, nur damit ihr wisst, wie man flasht, wie man was zusammenlötet oder sonst irgendwas macht, dachte ich, es macht durchaus Sinn, eben so eine kleine Serie zu machen und da könnt ihr genau sehen, wie funktioniert es mit der Hardware, wie funktioniert es mit der Software und wie funktioniert die Integration im IO-Programm. Genau diese drei Teile wird es auch geben. Wir fangen heute an mit der Hardware, also was ist möglich, ESP 328266, LED-Streifen, Ring-LEDs, Widerstände, was auch immer, alles was dazugehört. Im nächsten Video wird es dann um die Software gehen, also das Flashen, wie bediene ich W-LED, was habe ich da für Möglichkeiten und in dem dritten Teil, der dann noch später folgt, wird es dann um die Integration im IO-Programm gehen. Da es tausend verschiedene Möglichkeiten gibt, W-LED zu nutzen, es gibt tausende Controller, die sie unterstützen, man kann es mit Arduino, mit sonst irgendwas machen, ich kann zig verschiedene LED-Streifen verwenden, beschränke ich mich auf das, was ich immer mache. Wir werden uns den ESP 32 anschauen, wir werden uns den ESP 8266 anschauen, wir werden uns WS 2812 LEDs anschauen, ob die in Streifen, Ringform oder sonst was sind, ist egal. Und das war's. Das ist eigentlich das Grundwerkzeug für kleinere Bastelprojekte, was heißt kleinere, für kleinere bis mittlere Bastelprojekte. In dem Rahmen möchte ich das halten. Und in dem Zuge auch diesmal in die Vollen. Ich habe viele E-Mails gekriegt, warum machst du kein Vorwiderstand daran, warum hast du kein Elgo zur Spannungsstabilisierung daran, warum hast du dies nicht, warum hast du das nicht. Und deswegen werden wir heute anfangen mit dem Thema Hardware und da geht es, wie gesagt, um den ESP 8266 oder ESP 32. Warum, wieso, weshalb. Dann werden wir uns WS 2812 B anschauen. Wir werden ganz kurz mal, werde ich sagen, warum ein SK 6812 vielleicht auch Sinn machen würde. Diesmal werden wir uns anschauen, warum man Widerstand davor machen kann, wenn man will. Oder warum man Elgo mit einbauen kann, wenn man will. Wie man Rallye mit einbaut, wenn man will, um eben den ganzen LED-Streifen spannungsfrei zu machen, damit er auch im ausgeschaltenen Zustand kein Strom mehr verbraucht. Und wir werden uns das Thema Sicherung angucken. Ja, wie kann ich das Ganze noch mit einer Sicherung absichern, wenn ich dann möchte. Ich werde auch versuchen, egal was ich zeige, egal was ich mache, auch euch das zu verlinken mit der passenden WLED-Seite. Das heißt verlinken. Ich werde im Video zeigen, wo es steht, damit ihr einfach auch mitkriegt, wo kann ich das alles suchen, wo kann ich das lesen. Und wie funktioniert das? Ja, weil viele Leute stellen Fragen, hätte es nachlesen können. Und manchmal glaube ich, die wissen einfach nicht genau bei so viel Information, wie ziehe ich mir das her? Wie habe ich das zu verstehen? Deswegen versuche ich es einfach ganzheitlich zu machen. Und genau so lang wie dieses Intro wird wahrscheinlich auch schon das erste Video, weil es gibt eine Menge zu besprechen, eine Menge zu zeigen. Aber scheißegal. Es muss halt gemacht werden. Und ich glaube, viele Leute werden dann profitieren. Und ich sage es jetzt noch, bevor es losgeht, habe ich auch schon eine Ermahnung bekommen. Leute, es ist elektrische Spannung, elektrischer Strom auf der 5-Volt-Seite nicht gefährlich, aber auf der 230-Volt-Seite gefährlich. Passt auf. Wenn ihr nicht wisst, was ihr da macht, lasst einfach die Finger weg. So, und soviel erstmal zum Einstieg. Und wir sehen uns direkt nach dem Intro wieder und fangen direkt mit dem ersten Punkt an. Bis gleich. Ja, und dann kommen wir mal zum Thema Nummer 1. Auswahl des Mikrocontrollers. Da habt ihr die Wahl zwischen dem ESP8266 und dem ESP32. Ich habe in meinen vergangenen Projekten immer den ESP8266 benutzt, weil ich den schon ewig lang benutze. Und das hat auch immer funktioniert. Der ist auch top. Der läuft für die meisten Projekte auch völlig ausreichend. Mittlerweile muss ich aber sagen, der ESP32, der kostet ein paar Cent mehr, bei Amazon zumindest. Da sprechen wir beim ESP8266 von 8,49 Euro aktuell und beim ESP32 von 8,99 Euro. Dafür bietet mir der ESP32 aber ein paar Vorteile. Zum Beispiel in der Firmware, in der Software vom ESP, vom ESP, sag ich schon, in der Software WLED habt ihr ein paar Funktionen mehr. Bei den Effekten zum Beispiel habt ihr ein paar Schieberegler mehr, wo ihr dann noch ein bisschen mit euren Effekten rumspielen könnt. Das ist eine ganz nette Sache. Dann habt ihr, wenn ihr zum Beispiel die Sound Reactive Funktion benutzt und ein Mikrofon anschließt an euren Controller und möchtet, dass euer Licht noch blinkt und macht und tut, in Abhängigkeit vom Ton, dass es hört. Da habt ihr noch wesentlich mehr 2D-Effekte drin, als beim ESP8266 in der Firmware. Und zusätzlich habt ihr beim ESP32 noch die Möglichkeit, eine 2D-LED-Matrix anzuschließen, die auch über WLED zu steuern. Und eine 2D-LED-Matrix, falls euch das nicht sagt, das ist einfach irgendein Rechteck oder sonst irgendwelche Formen, wo die LEDs halt in Reih und Glied angeordnet sind. Und das sind doch Vorteile, die für die paar Cent einfach, die kann man einfach mitnehmen. Deswegen werde ich auch meine zukünftigen Projekte mit dem ESP32 machen und nicht mehr mit dem ESP8266. Da bin ich dann einfach für die Zukunft gerüstet, muss mir keine Gedanken machen und es funktioniert. Wer noch ein ESP8266 zu Hause hat oder gar nicht noch in Matzen rumfahren hat, meistens bestellt man da nicht einzeln. Keine Panik, die kann man für alles benutzen. Ja, die sind tiptop, damit kann man große Projekte machen mit weit über 1000 LEDs überhaupt gar kein Problem. Nur irgendwann, wenn ich anfange, mehr zum Beispiel als drei LED-Streifen parallel zu nutzen, zum Beispiel zehn, wie es beim ESP32 möglich ist, oder anfangen die LED-Streifen, große, sehr große Projekte, meine Streifen oder was auch immer ich da dran habe, in Segmente zu teilen, wenn ich noch irgendwelche Effekte pro Segment und pro Ausgang und einen Haufen Scheiß machen möchte damit, was da gleichzeitig ablaufen soll, dann geht der ESP8266 halt irgendwann in die Knie und dann macht ganz einfach ein ESP32 Sinn, weil der viel mehr Frames per Second auf eure LED-Streifen oder auf eure LEDs bringen kann als der ESP32. Und tatsächlich spricht man da von Frames per Second und da ist es halt ganz einfach Fakt, der ESP32 hat halt einfach eine höhere Frequenz, der kann einfach wesentlich schneller arbeiten und da holt ihr einfach mehr raus. So, lange Rede, kurzer Sinn, die Controller haben wir hier mit abgehandelt und wir gehen gleich zum nächsten Thema über, den LEDs. Bei den LED-Streifen fasse ich mich relativ kurz, weil für mich kommen da nur zwei Versionen in Frage und da spreche ich von dem WS2812B und von dem SK6812RGBW. Ich nutze zu 100% momentan in allen meinen Projekten die WS2812B-LED, weil ich finde die einfach klasse, die preisgünstig zu haben, die schlecht zu handeln und die hat eine ganz tolle Farbgebung, ich bin einfach top zufrieden damit. Alternativ würde ich da noch die SK6812RGBW sehen. Die hat den Vorteil, wenn man es als Vorteil sehen will, dass die noch eine LED nur für das weiße Licht mit drauf hat. Also ich habe einen Sektor, da wird RGB, da wird die Farbe gemischt und eine LED ist drauf, die kümmert sich dann um das weiße Licht. Ja, das mag jetzt sein, dass man bei der SK6812 ein bisschen eine schönere Lichtgebung hat, wenn es um das weiße Licht geht, aber auch die WS2812B macht tolles weißes Licht. Ich kann von kaltweiß bis warmweiß, kann ich genauso gut meine Lichtfarbe einstellen. Ich bin damit top zufrieden und darum nutze ich die auch. Auf WLED könnt ihr euch die ganze Liste an unterstützten LEDs ansehen, die ist relativ groß. Da bleibt eigentlich kein Wunsch offen. Ich gehe auch jetzt hier nicht ein auf LEDs oder LEDs, die mehr als 12 Volt brauchen oder auf LED Streifen, die mehr als 12 Volt brauchen. Ich mache alle meine Projekte mit 5 Volt. Ihr könnt ja auch 12 Volt, 24 Volt, was auch immer benutzen. Da müsst ihr euch dann einfach reinfuchsen. Das ist im Prinzip genau die gleiche Schoße. Ja, das ist alles nicht kompliziert. Die WS2812 ist für mich das Mittel der Wahl und darum werden wir heute auch alles damit machen. Und ob die dann in der Form LED Streifen oder LED Ring oder LED Matrix ist oder wie auch immer diese LED angeordnet ist, das ist scheißegal. Das Prinzip ist immer das gleiche. Im Prinzip könnt ihr euch eine WS2812B LED einzeln kaufen und eine LED irgendwo leuchten, blinken und funkeln lassen. Ja, und dann sind wir schon beim nächsten Thema und zwar Netzteil. Jo, da will ich jetzt auch gar nicht so weit in die Tiefe gehen, weil da können wir uns zu Tode diskutieren, was Sinn macht, was keinen Sinn macht, was man braucht, was nicht. Da müsst ihr einfach einen Taschenrechner nehmen und ein bisschen rechnen. Ich benutze für LED Streifen bis zu 5 Metern mit 300 LEDs, also 60 LEDs pro Meter, benutze ich ein 8 Ampere Netzteil. Eine LED WS2812B ist angegeben mit 60 Milliampere. Würde man das jetzt hochrechnen auf 300 LEDs, würden wir auf 18 Ampere kommen. Das heißt, mein Netzteil hätte im Prinzip 10 Ampere zu wenig. Die 18 Ampere werden aber auch nur dann benötigt, wenn ich weiß einstelle. Also wenn ich da hingehe und bunt leuchte, dann brauche ich einen Bruchteil von dem Strom. Bei weiß sind halt alle drei Farben voll an und das heißt, als wird ein Haufen Strom gezogen. Ich habe bei mir aber schon den Test gemacht. Ich habe sie mit 18 Ampere betrieben, ich habe sie mit 8 Ampere betrieben im weißen Licht und der Helligkeitsunterschied, ja, kaum sehbar. Also ganz ehrlich, ist für mich einfach kaum sichtbar. Und da hole ich dann lieber ein kleines, schmales, gutes 8 Ampere Netzteil, wo ich weiß, das funktioniert, wo ich weiß, das hat einen Überspannungsschutz, einen Überstromschutz und einen Kurzschlussschutz drin, bevor ich mir jetzt hier so einen riesen Kasten hole und die Leistung sowieso nicht benötige am Schluss. Der Vorteil von WLED ist auch, dass man ja in der Software einstellen kann, wie viel Maximalstrom da fließen darf und dementsprechend regelt er dann auch die Helligkeit runter, dass ihr da euer Netzteil auch nie überlastet. Aber wie gesagt, da muss jeder selber wissen, was er macht. Das ist ganz leicht auszurechnen. Eine WS2812 LED benötigt 60 Milliampere im schlimmsten Fall und das rechnet er einfach mal der Anzahl eurer LEDs und basta, dann wisst ihr, wie viel Strom ihr im Maximalfall braucht. Beim Netzteil müssen wir natürlich dann auch noch über die Einspeisung reden. Ich speise einen 5 Meter Streifen mit meinem 8 Ampere Netzteil nur einmal ein, nämlich genau vorne. Wenn man 10 Meter hat, dann lohnt es sich, wenn man dann natürlich nochmal in der Mitte einspeist. Bei 15 Meter nochmal einspeisen, bei 20 nochmal. Das funktioniert wunderbar. Also ich habe ein Projekt von meinem Bruder, oder was heißt ich habe ein Projekt? Mein Bruder hat ein Projekt, da hat er 20 Meter LEDs einmal um die Decke rum, hat dreimal eingespeist, viermal eingespeist, am Ende hat er noch eingespeist und das war's. Das kann man aber auch einfach probieren. Das seht ihr dann ganz einfach, wenn ihr dann die LED-Streifen dran habt und ihr merkt zum Beispiel bei der Einstellung weiß, dass irgendwie die hinteren Meter vom LED-Streifen gelblicher sind und die vorderen sind schön weiß, dann wisst ihr, okay, scheiße, zu wenig Strom, da muss ich noch irgendwo dazwischen einspeisen. Denkt dran, dass ihr nicht zu dünne Kabel benutzt. Das kann man sich alles ausrechnen, aber da reden wir dann später beim Zusammenbau drüber. Jetzt geht es noch um die zusätzliche Hardware. Wir wollen ja dieses Mal unter anderem Widerstände einbauen. Wir werden einen 470 Ohm Widerstand in die Datenleitung einbauen und da hört man immer die Geschichten, Mensch, du hast keinen Widerstand drin, da kann dir die erste LED verrecken und all so ein Käse. Nein, dem ist nicht so oder nicht mehr so. Der Widerstand ist eigentlich dazu da, dass der den Strom begrenzt in der Datenleitung. Und da fließt eigentlich nur ein zu hoher Strom, wenn wir auf die Datenleitung eine Spannung geben, aber der LED-Streifen an sich noch nicht mit Spannung versorgt ist. Dann kann da ein hoher Strom reinfließen und die erste LED kann zerstört werden. Der Rest vom LED-Streifen funktioniert. Das passiert vielleicht mal, wenn man am Basteln ist und den LED-Streifen separat vom Mikrocontroller speist und dann auf einmal den Mikrocontroller zuerst anschaltet, also den ESP32 zum Beispiel zuerst anschaltet und der schon Daten sendet und der LED-Streifen noch keine Spannung hat. Dann kann das passieren. In der Regel schließen wir aber Mikrocontroller und LED-Streifen an ein Netzteil an und wenn ich dann beides einschalte oder das Netzteil aktiviere, dann hat beides gleichzeitig Strom, dann geht auch nichts kaputt. Dennoch werden wir später einen Widerstand einlöten und gut ist. Dann wisst ihr, wie es funktioniert und jeder kann es machen oder lassen. Auch kann das passieren, dass der LED kaputt geht ohne Widerstand, wenn auf der Spannungsversorgung Spannungsfall ist. Wenn also die Spannung für einen LED-Streifen zu niedrig ist und ihr da schön Daten rein sendet, kann natürlich über die Datenleitung auch wieder zu viel Strom fließen. Das ist natürlich wichtig, dass ihr die richtige Leitung benutzt. Kleiner Spannungsfall, dass ihr ein gutes Netzgerät habt, wo die Spannung nicht zusammenbricht und und und. Widerstand in meinen Augen relativ unnötig, aber wer will, der kann es machen. Deswegen werden wir das auch nachher alles so verbauen. Dann zum Thema Elko. Thema Elko, ja, da würde ich sagen, kann man machen, muss man aber nicht. Das gleiche wie beim Widerstand. Wenn man ein gutes Netzteil hat, was eine saubere Spannung bringt, dann brauche ich kein Elko. Was macht denn ein Elko? Ein Elko, den haue ich in die Spannungsversorgung zwischen Plus und Minus. Der wird dann geladen und langsam wieder entladen. Und dadurch, dass der nie leer wird, habe ich immer eine gleichmäßige Spannung daraus. Eine gute, saubere Gleichspannung. Und der sorgt einfach nur dafür, dass ich keine Rippel auf meiner Spannung habe. Oder dass ich mal kurze Spannungseinbrüche überbrücken kann. Weil wenn die Spannung am Eingang absinkt, bis der Elko dann entladen ist, ist die vielleicht am Eingang wieder da. Und ich habe am Ausgang eine kontinuierliche Spannung. Wie so ein Puffer. Es ist einfach ein Puffer für die Spannung. Und wenn man ein gutes Netzteil hat, was eine saubere Gleichspannung rausbringt, brauche ich auch verdammt nochmal kein Elko. Baue den ein oder lasse es mir egal. Ich habe meine Netzteile, die ich verwende, habe ich gemessen. Die Spannung ist wunderbar. Und wenn ich da jetzt 1.000 Mikrofarad Elko einbaue, jetzt mal ganz ehrlich, so Spannungseinbrüche gibt es nicht. Und wenn dann irgendwann mal so einer drin ist, dann stimmt irgendwas anderes nicht. Also ist auch so ein Thema, wo viele sagen, muss und bist du wahnsinnig, das ohne zu betreiben, ich löte es ein. Da müsst ihr euch einfach selber klar sein, braucht ihr es oder braucht ihr es nicht. Auf jeden Fall einbauen schadet nicht. Die Dinger kosten ein paar Cent. Macht es, ist auch kein Problem. Ich mache es in meinen Projekten nicht. Heute machen wir es ausnahmsweise, damit ihr seht, wie es funktioniert. Ja, und dann sind wir auch schon beim nächsten Thema. Level Shifter. Die werden wir heute überhaupt nicht behandeln. Die werde ich auch nicht einbauen, aber ich werde kurz erklären, was es ist, damit ihr einfach wisst, was geht und was nicht geht. Ein Level Shifter sorgt einfach dafür, der macht einfach aus einer Spannung X eine Spannung Y. In dem Fall haben wir unseren WS2812 LED-Streifen auf dem Tisch liegen und zum Beispiel ein ESP32. Der LED-Streifen wird mit 5 Volt versorgt. Der ESP32 bringt aber aus seinen I.O.-Pins nur 3,3 Volt raus. Also lasst euch da nicht täuschen, ihr versorgt den natürlich mit 5 Volt. Da ist aber ein Spannungswandler drauf, der aus eurem 5 Volt 3,3 Volt macht. Damit läuft der Mikrocontroller, der da drauf ist und der bringt natürlich aus seinen Ausgängen auch nur 3,3 Volt raus. So, und im Datenblatt zur WS2812B-LED steht halt drin, die Spannung auf der Datenleitung muss mindestens 0,7 Mal der Versorgungsspannung sein. Das heißt, bei 5 Volt Versorgungsspannung, was der LED-Streifen oder der LED-Ring, was auch immer nun mal braucht, müssten wir mindestens 3,5 Volt auf der Datenleitung haben. Alles andere kann zu Problemen führen. Ja, und jetzt ist es so, es gab mal ganz, ganz früher Revisionen, da ist das vielleicht auch mal passiert. Ja, das hat man mal gehört und dann hat das nicht richtig funktioniert und geblinkt und gemacht und da hat man dann Levelshifter eingebaut, damit ich die 3,3 Volt, die ich auf meiner Datenleitung habe, einfach auf 5 Volt hochleveln kann und dann hat es wieder funktioniert. Heutzutage meiner Meinung nach absolut unnötig. Ich habe so viele LED-Projekte hier am Laufen und alle funktionieren mit 3,3 Volt aus dem ESP8266 oder aus dem ESP32 völlig problemlos. Deswegen werde ich das auch heute nicht behandeln, aber ihr habt es mal gehört, wenn ihr Probleme mit dem LED-Streifen habt oder zum Beispiel eure Datenleitung ewig lang ist und ihr da einen Spannungsfall habt oder keine Ahnung was, es gibt Dinge, die nennen sich Levelshifter, die machen einfach aus eurer 3,3 Volt Spannung, die aus dem Datenpin D4, aus dem IOPort, wo die Daten dann an den LED-Streifen gehen, machen die 5 Volt und das war es und damit wärt ihr dann auf der sicheren Seite. Ja, aber ich habe es, wie gesagt, bis jetzt noch nicht gebraucht. Das nächste Thema ist dann das Thema Rallys. Rallys werden wir heute auch angehen. Ja, wer ein bisschen Strom sparen will, der benutzt die, ganz klar. Und zwar geht es darum, 200 LEDs, also WS2812B, also wenn ihr zum Beispiel einen LED-Streifen habt, wo 200 LEDs drauf sind und ihr schaltet den über die Software, WLED mit eurem Handy zum Beispiel, einfach nur so aus, dann verbraucht der im ausgeschalteten Zustand noch 1 Watt. Also man rechnet ungefähr 1 Watt pro 200 LEDs. Wenn man das nicht möchte oder ein riesiges Projekt hat und das letzte Fünkchen Strom noch sparen möchte, dann kann man Rally einbauen. WLED unterstützt das auch. Dann baut man Rally ein und das Rally sorgt dafür, dass es einfach den kompletten LED-Streifen rausnimmt und dann habt ihr die 1, 2, 3 Watt, je nachdem wie groß euer Projekt ist, das da dran hängt, habt ihr einfach noch eingespart. Das werden wir heute auch machen. Wir werden ein Rally verbauen, da könnt ihr euch dann auch anschauen, wie es funktioniert. WLED unterstützt das, wie gesagt, das ist alles wunderbar, das ist kein Problem und ja, das kann auch durchaus Sinn machen. Ist halt wieder ein höherer Bastelaufwand, aber gut, so ist Leben. Zuletzt, und das werden wir heute auch einbauen, ist das Thema Sicherung noch anzusprechen. Ich sichere meine Projekte nicht ab. Wie gesagt, die Netzteile, die ich verwende, die sind kurzschlusssicher, die haben Überstromschutz, Überspannungsschutz, das ist alles kein Problem, das funktioniert wunderbar, da brauche ich mir keine Sorgen machen. Wer da aber ein bisschen Angst davor hat, der kann sich natürlich in die Spannungsversorgung zum LED-Streifen noch eine Sicherung einbauen. Ich habe da auch Teile hier, die können wir uns dann auch anschauen, als Beispiel. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Erhöht halt wieder den Aufwand und es kommt halt auch immer drauf an, was hat man für ein Netzteil, vertraut man dem oder nicht. Ja, und somit bin ich mit der ganzen Theorie durch. Ich habe es ein bisschen schnell durchgezogen, aber wir werden sowieso über alles nochmal sprechen, wenn wir das jetzt gleich zusammenstecken und genau das machen wir jetzt. Wir gehen an meine Werkbank und fangen an, die ganzen Bauteile Schritt für Schritt zusammenstecken und da labern wir nach genug über jedes einzelne Bauteil. Bis gleich. So, dann legen wir auch direkt los. Ich habe hier den ESP8266, mit dem werden wir auch arbeiten. Ich habe mich einfach jetzt auf den eingeschossen und hier haben wir den ESP32. Und als erstes, ich habe es ja angekündigt, ich werde auch erklären, wie kommt man denn drauf, wo man was anschließen muss. Als erstes müssen wir herausfinden, wo kann ich denn beim ESP8266 und wo beim ESP32 denn meine LED-Streifen oder meine WS2812 LEDs anschließen. Und das ist ganz einfach. Dazu gehen wir auf die Seite von WLED und dort gibt es dann im Bereich Multi-Stripe-Support schauen wir erst mal im Abschnitt ESP8266. Und da haben wir stehen, ich kann den GPIO01 und den GPIO02 benutzen. Jetzt habe ich aber am Anfang gesagt, wir können drei LED-Streifen anschließen an dem kleinen hier. Und ja, das geht auch. Das steht ein bisschen weiter unten. Allerdings mit einer Einschränkung. Wir können da noch den GPIO03 verwenden. Allerdings mit der Einschränkung, dann soll man nur noch kleiner 50 LEDs verwenden, weil der Port einfach ein bisschen langsamer ist. Warum auch immer, nehmen wir einfach so hin. Also können wir hier verwenden GPIO01, GPIO02 und GPIO03 mit kleiner 50 LEDs. Und beim ESP32 ist das genau das Gleiche. Da schauen wir ein bisschen weiter unten. Hier steht aber auf einmal, hey, ist scheißegal, wo du hier was anschließt, nimm jeden freien Port, der dir zur Verfügung steht. Interessiert mich nicht. Aber halt maximal 10 LED-Streifen gleichzeitig. So, und jetzt steht hier aber nirgendwo GPIO123 beim ESP32 steht es auf der Rückseite. Sondern hier steht zum Beispiel TX-D4, D1. Da stehen lauter komische Sachen und das passt mit der WLED-Seite nicht zusammen. Also müssen wir in die Datenblätter reinschauen, weil da gibt es eben so eine Pin-Out-Zeichnung. Und da gefällt mir eben AZ-Delivery. Da finde ich das immer schnell. Die Bilder sind auch echt schön gemacht. Und da schauen wir zuerst beim kleinen ESP8266. Und da sehen wir IO2. Das ist der Pin D4. Also IO2 ist hier an der Seite mit D4 beschrieben. Und das finden wir da auch auf einmal. IO1 ist hier mit TX beschrieben. Finden wir auch. Ja, und der IO3, der ist hier mit RX beschrieben. Das gleiche beim ESP32. Da können wir dann auch wieder ins Datenblatt gucken oder in das Pin-Out-Diagramm. Und da ist es nicht anders. Nur hier in dem Fall haben wir es gut, weil GPIO26 ist zum Beispiel hier auch beschrieben mit IO26 und 18 ist beschrieben mit IO18. Ja, da haben sie ein bisschen dazugelernt. Da muss man nämlich nicht immer suchen. Also ich kann im Prinzip jeden IO-Pin hier verwenden beim ESP32 und könnte da jetzt 10 LED-Streifen parallel anlöten. Beim ESP8266 eben am TX, am RX und am D4. Und so kommt man da eigentlich relativ schnell drauf, wenn man einfach weiß, wo kann man es nachlesen. Das war schon die ganze Magie dahinter. Und jetzt mache ich den ESP32 weg und wir fangen direkt an mit dem ESP8266. Parallel gilt das Gleiche natürlich hier, wie ihr das anlötet. Schnurzpiep egal. Irgendeinen freien IO-Port verwenden und gut ist. So. Zum Anlöten ist schon mal ganz wichtig, dass wir überhaupt wissen, was löten wir an. Ich mache es mal andersrum. Wir haben hier einen LED-Streifen. Und der hat komischerweise fünf Kabel, die da rauskommen. Im Prinzip braucht man nur drei. Das sind die hier, die hier drunter liegen und die auch einen Stecker haben. Und wenn wir jetzt mal genau auf den LED-Streifen schauen, sehen wir hier zuerst zwei kleine Pfeile. Das ist immer die Richtung. Die zeigen jetzt in diese Richtung. Das heißt, hier ist vorne und irgendwo da hinten am anderen Ende. Das ist nämlich hier noch aufgewickelt bei mir. Hier ist das Ende. Und wir schließen immer ganz, ganz, ganz vorne den Mikrocontroller an. Oder zumindest ist es scheißegal, wo ich den anschließe. Ich könnte den auch hier abschneiden, den LED-Streifen und hier einen Mikrocontroller anlöten oder in der Mitte abschneiden und anlöten. Egal. Wir wissen aber, es geht in diese Richtung. Das bedeutet dann im Prinzip nur so viel wie hier ist mein Ende und hier könnte ich jetzt den nächsten Streifen anschließen. Aber auch wieder mit den Pfeilen in die richtige Richtung. Ja. Ja, ich hoffe, ihr habt es verstanden. So, und da stehen jetzt auch Sachen drauf. Wir sehen, ganz oben steht GND. Wenn wir uns jetzt mal hier die Kabel dazu hier so hinlegen, sehen wir ganz oben weiß. Also wissen wir, weiß ist GND. Dann steht hier in der Mitte D0. Also das ist der Datenport. Das ist hier das Grüne. Und unten steht plus 5 Volt. Aha, Spannungsversorgung. Das ist das Rote. Also ich weiß, weiß auf Grauend. Grün auf den Datenausgang. Das war die Geschichte mit den GPIO-Pins hier. Und Rot kommt dann nachher auf plus 5 Volt. Und jetzt haben wir hier noch die zwei Pinöpsel. Ja, und die sind einfach parallel zu dem weißen und dem roten hier angelötet. Das heißt, ich habe hier nochmal die Möglichkeit, Grauend anzuschließen und meine Spannungsversorgung, also plus 5 Volt anzuschließen. Und genau so machen wir das auch. Wir gehen nämlich nachher hin und schließen unser Netzteil an die zwei einzelnen Leitungen an. Und gleichzeitig haben wir dann hier unten nämlich auch unsere Spannung und können hier quasi den Mikrocontroller anschließen. Dann wird er hier über dieses Kabel automatisch hier rüber versorgt mit Spannung und läuft hier komplett autark. Ja, und dann liegen den LED-Streifen dafür, liegen meistens solche Stecker hier schon dabei, solche Kabelstücke. Und das ist dann wunderbar. Dann kann ich das nämlich hier an meinem Mikrocontroller anschließen und auf der anderen Seite kann ich einfach meinen LED-Streifen reinstecken. Und dann weiß ich, Mikrocontroller ist versorgt, die Daten kommen hier rüber auf den LED-Streifen und hier habe ich dann nachher meine Spannungsversorgung. Und genau so machen wir das und so legen wir jetzt los. Ja, und was wir jetzt hier machen ist, ich fange zuerst mal an und löte eine ganz simple Sache zusammen. Das heißt nämlich nur Spannungsversorgung, ESP und LED-Band und quasi die Grundschaltung. Und danach fangen wir an und erweitern das Ganze. Wir erweitern dann das Ganze um Widerstand in der Datenleitung. Wir erweitern das Ganze um einen Elko. Dann erweitern wir das Ganze um eine Sicherung. Und ganz am Schluss erweitern wir das Ganze noch, um ein Rallye, um das Ganze auszuschalten. Und genau so gehen wir da jetzt Schritt für Schritt vor. So, und dann lege ich los. Ich habe hier so ein kleines Hilfsmittel. Das verdeckt zwar ein bisschen, was ich mache, aber ich bin relativ blind. Mir hilft die Lupe, aber ist ja im Prinzip auch scheißegal. Ich zeige das dann nachher einfach nochmal, was ich gemacht habe. Dann seht ihr das. Und ich mache das jetzt auch nicht in Echtzeit. Wir spulen ein bisschen vor. Ich meine, löten, das sind dann so Grundvoraussetzungen. Das müsst ihr einfach irgendwie hinkriegen. Ich habe nachher auch noch ein paar Hilfsmittel. Das schauen wir uns dann später auch noch an. Aber an das Mikro-Controller-Bot muss ich halt irgendwie löten. Das ist einfach die beste und sicherste Verbindung. Und los. So, und das war es auch schon. Wir haben das dran gelötet und im Prinzip ist jetzt schon der Großteil der Arbeit erledigt. Und nochmal, um es zu zeigen, ich habe das rote Kabel auf 5 Volt angeschlossen. Das ist unsere 5 Volt Spannungsversorgung. Dann habe ich das weiße Kabel auf G angeschlossen. Das steht natürlich für grauend. Und das grüne Kabel auf D4. Und so funktioniert es. So war es das schon. Unser Mikro-Controller ist also erstmal fertig. Wir haben ja hier jetzt gleich den Stecker schon dran, um ihn hier dann nachher mit unserem LED-Streifen zu verbinden. Brauchen wir jetzt noch nicht. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wir kümmern uns jetzt um die Spannungsversorgung von dem Ganzen. Und da habt ihr ja ein Netzteil. Und ich habe das Netzteil, das ich benutze für Projekte bis 5 Meter. Also auch wirklich mit 60 LEDs pro Meter. Ich benutze es eigentlich für alles. Das habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und das könnt ihr euch gerne anschauen. Das ist top. Und es ist wirklich so, ich habe das auch nachgemessen. Ihr braucht auch bei 300 LEDs, also bei einem 5 Meter LED-Streifen, der wirklich 60 LEDs pro Meter hat. Also 300 LEDs. Da braucht ihr nicht 18 Ampere. Geht mal hin. Wer die Möglichkeit hat, kann es ja gerne mal nachmessen. Nimmt einen LED-Streifen mit 5 Metern, 300 LEDs. Hängt mal einen Multimeter dazwischen. Und schaut mal, da kommt er vielleicht auf 4, 5 Ampere bei der Farbe weiß. Ich weiß, man soll normalerweise den Datenblättern trauen. Aber reell gemessen ist es halb so wild. Und naja, wie auch immer. Wir machen hier fleißig weiter. Ihr habt also irgendwo zwei Kabel von eurem Netzteil. Das sind die rote und die schwarze. Da habt ihr 5 Volt und GND, also Grauend. Und das muss jetzt irgendwie hier mit eurem LED-Streifen verbunden werden. Und jetzt gibt es da mehrere Möglichkeiten. Zum einen könnte man das jetzt verlöten und dann irgendwie, also die Kabel einfach miteinander verlöten und dann nachher einen Schrumpfschlauch drum machen. Oder ich kann Vakuum-Glam benutzen. Das mache ich eigentlich sehr gern. Ja, die brauche ich nur aufklippen. Und stecke meine Kabel dann, naja, wenn man es ein bisschen besser zusammendreht, stecke meine Kabel da rein. So werde ich es jetzt, genau, wenn man es ja noch richtig rumhält. So werde ich es jetzt auch machen. Weil es einfach am einfachsten und am schnellsten geht. Und das war es. Das gleiche machen wir jetzt noch für, ich muss gerade noch eine holen. Das gleiche machen wir jetzt noch für den Minus in dem Fall. Und zack. Zack, fertig. Und jetzt habe ich quasi hier von der Seite kommen, mein Plus 5 Volt und Minus von meinem Netzteil. Das geht auf Plus und Minus von meinem LED-Streifen. GND und Plus 5 Volt. Und das wiederum ist verbunden mit Plus und Minus hier für unseren Mikrocontroller. Und den D4 haben wir ja auch schon angeschlossen. Das heißt, rein theoretisch, wenn ich jetzt das hier reinstecke, und jetzt eine Spannung auf mein Netzteil gebe, dass also meine komplette Schaltung hier auch mit Spannung versorgt ist, dann sollte da jetzt eigentlich auch schon was passieren. Ich mache es gerade mal. Spannung an. Unser kleinstes LED-Projekt ist quasi fertig. Und ihr seht auch, die LEDs leuchten. Funktioniert wunderbar. Wundert euch nicht, warum die leuchten. Ich habe auf den ESP vorher schon W-LED draufgespielt. Einfach nur damit, wenn ich hier was verkabelt habe, damit wir auch sehen, es tut sich tatsächlich was. Ja, und das ist unser kleinstes LED-Projekt. Das heißt, ohne viel Aufwand haben wir jetzt einfach mit einem Netzteil, was uns hier Spannung reinbringt, mit zwei Vago-Klemmen, womit wir dann den LED-Streifen mit unserem Netzteil verbunden haben. Und hier mit einem kleinen W-S, sag ich schon, W-S28P, mit einem kleinen ESP8266 und diesem Adapterstecker, der hier dabei war, haben wir jetzt im Prinzip schon ein fertiges, funktionierendes, kleines Projekt. Den LED-Streifen können wir jetzt hinkleben, wo wir wollen. Wunderbar. Das war es schon. Und mehr braucht man eigentlich gar nicht wissen, gar nicht machen. LW-LED ist da drauf. Darüber reden wir dann im nächsten Teil, wie man das bedient und wie man es flasht und hin und her. Aber im Prinzip, seht ihr, das war schon die ganze Hexerei. Und parallel dazu wird es beim ESP32 genau gleich funktionieren, nur dass ich hier halt das rote eben hier auf 5 Volt angeschlossen hätte, das weiße Kabel hier auf GND angeschlossen hätte und das grüne halt auf irgendeinen beliebigen GPIO-Port, der mir hier halt zur Verfügung steht. Ja, dann würde das jetzt genau so leuchten. Der Unterschied ist nur, hier muss ich zuerst in der W-LED-Software dann sagen, an welchem Port habe ich denn jetzt meinen LED-Streifen dran. Standardmäßig wird halt der D4 benutzt jetzt beim ESP8266. Und deswegen funktioniert es auch schon. So, ich schalte mal die Spannung wieder aus vom Netzteil und wir machen weiter mit Schritt Nummer 2, nämlich wir löten den Widerstand in diese grüne Leitung hier mit ein, um die erste LED zu schützen. Ja, und jetzt, ich habe es vorhin im Eingang ja schon erklärt, es könnte ja sein, dass ich mit meinem Netzteil meinen LED-Streifen befeuere, aber meinen ESP8266 nicht eben auch mit der gleichen Spannung hier, so wie ich es gemacht habe, betreibe, sondern den separat betreibe, zum Beispiel mit dem Akku oder, keine Ahnung, mit dem zweiten Netzteil, wie auch immer. Und dann kann es natürlich vorkommen, dass der ESP8266 oder der ESP32, dass einer der beiden, je nachdem, was ich nutze, schon läuft und hier über die grüne Leitung schon Daten zur LED sendet, aber der LED-Streifen an sich noch nicht mit Spannung versorgt ist und dann kann hier rüber ein großer, großer Strom fließen. Das ist einerseits ungesund für den hier, wird aber auf jeden Fall oder mit hoher Wahrscheinlichkeit die erste LED zerstören. Wenn man das aber so aufbaut wie hier, wir betreiben unseren Streifen mit einem Netzteil hier oben an den zwei separaten Kabeln und speisen unser ESP direkt von dem Stripe dann auch hier, dann kann das gar nicht passieren. Dennoch, die Frage stand im Raum, Widerstand, hin oder her, nötig oder nicht, wir löten den ein. Und das ist eigentlich gar kein Hexenwerk. Im Prinzip muss der ja in Reihe, in die Datenleitung in Reihe rein. Und in Reihe heißt ja immer, ich muss irgendwo hier jetzt aufschneiden. Das mache ich auch gerade mal. Ich muss irgendwo hier jetzt aufschneiden und muss jetzt den Widerstand so, ich weiß nicht, ob ihr das gescheit seht, so hier einlöten, in das grüne Kabel rein. Und da gibt es wieder, klar, viele Möglichkeiten. Ich kann den auf der Seite anlöten und auf der Seite hier, komm raus, anlöten. Kann einen Schrumpfschlauch drum machen. Ja, gibt tausend Möglichkeiten. Ich habe da was ganz Tolles gefunden, das wollte ich auch mal kurz zeigen. Und zwar gibt es da für Leute, die nicht so gerne löten oder die gleichzeitig ihren Schrumpfschlauch schon gerne drum hätten, da habe ich so ein Set gefunden. Und das ist schon eine voll coole Sache irgendwie, weil hier habe ich schon einen Schrumpfschlauch mit Lötzinn drin. Ja, das heißt, ich kann im Prinzip so eine Lötverbindung auf einfachste Art und Weise machen. Ich stecke einfach auf einer Seite mein Kabel rein und auf der anderen Seite zum Beispiel hier den Widerstand und erhitze es dann ganz einfach. Und der Lötzinn, der da drin ist, der hat eine relativ niedrige Schmelztemperatur. Das heißt, wenn ich das jetzt erhitze, dann wird automatisch die Lötstelle hier tiptop sauber miteinander verbunden und ich habe gleichzeitig einen Schrumpfschlauch drum. Und genau das will ich jetzt mal testen. Wir werden das einfach mal ausprobieren. Ich habe die Dinger nämlich noch nie benutzt. So, und im Prinzip habe ich da einfach eins von den Dingern hier, von diesen Schrumpfschlauch-Lötteilen, findet ihr übrigens auch unten in der Videobeschreibung, habe ich ein bisschen gekürzt. Man sieht es hier, weil mir das hier sonst einfach viel zu lang ist. Ich brauche zwei von den Teilen. Ich will einfach nur den Widerstand dazwischen haben. Ja, und dann isolieren wir einfach eine Seite vom Kabel ab und ich habe auch vom Widerstand den Fuß ein bisschen gekürzt, damit er da quasi, ich habe vor, dass der da halt quasi hier so halb noch verdeckt ist. Und eigentlich sollte das jetzt gut funktionieren. Ich mache es wie gesagt auch zum ersten Mal und ich stecke das hier einfach drüber, so dass die Litze eben im Bereich von diesem noch harten Lötzinn ist und gehe dann mit dem Widerstand hier rüber und mache genau das Gleiche. Dann schiebe ich mir das so ein bisschen zurecht. So sieht es glaube ich ganz vernünftig aus. Ja, jetzt ist der Widerstand doch ein bisschen mehr drin, ist aber egal. So, und da ich jetzt kein Heißluftfön hier habe, versuche ich das Ganze mit dem Feuerzeug. Ja, soll der genauso gehen, macht auch heiß. Und jetzt mache ich das ganze Ding hier mal heiß und hoffe, dass das jetzt natürlich flüssig wird da drin. Ich sehe schon, der Lötzinn wird flüssig und der Schrumpfschlauch schrumpft. Wunderbar. So, und Stopp. Und das soll das schon gewesen sein. Jetzt pusten wir das ein bisschen ab und lassen das ein bisschen abkühlen. Jetzt war ich natürlich ein bisschen sehr penetrant mit dem Feuerzeug dran, aber man hat deutlich gesehen, der Lötzinn ist schon zerlaufen da drin, hat eine Verbindung hergestellt mit den Litzen und mit dem Widerstand und der Schrumpfschlauch hat sich gleich hier rumgezogen. Ja, mittlerweile kann man es anfassen, ist in Ordnung und ich habe hier eine wirklich saubere Verbindung auf einfache Art und Weise und habe gleichzeitig einen Schrumpfschlauch drum. Und genau das Gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. Wie wir sehen, haben wir hier eine wirklich saubere Verbindung ohne Lötzinn, ohne irgendwas und ich habe einen Schrumpfschlauch gleich mit drum. Es ist sauber verlötet und es funktioniert. Und das können wir jetzt auch direkt testen. Widerstand ist drin. Unsere erste LED ist quasi geschützt. Wir haben unsere erste Schutzmaßnahme quasi erledigt. Ich schließe einfach den ESP8266 wieder an, stecke mein Netzteil in die Steckdose und ihr seht, genau wie vorher das ganze Ding leuchtet. Und das hat sich im Prinzip nichts geändert, nur dass alle, die die Angst um ihre LED haben, jetzt einfach sagen können, ich habe da einen Widerstand drin, es kann nichts mehr passieren. Ja, das war die erste Maßnahme, nach der ich oft gefragt wurde. Und ich würde mit der zweiten direkt weitermachen und das ist der Elko. Ich habe da Elkos gekauft, so ein ganzes Set. Und da reiße ich einfach einen raus. Und der dient ja dazu, dass quasi die Spannung, die hier kommt von unserem Netzteil, hier unseren LED-Streifen versorgt, dass die einfach immer stabil ist. Wenn unser Netzteil also ein bisschen eine schlechte 5-Volt-Spannung hat oder wenn die mal kurzzeitig zusammenbricht, der Elko hier, der stützt es dann und sorgt einfach dafür, dass hier eine schöne, saubere Spannung ist und kurze Spannungseinbrüche auch überbrückt werden, ohne dass hier was passiert oder der Kollege hier mal resettet oder sonst was. Wie gesagt, wenn man ein gutes Netzteil hat, braucht man den eigentlich nicht. Wir machen es aber trotzdem, damit wir wissen, wie es geht. So, und das heißt ja schon, wenn der die Spannung stabilisiert, muss er irgendwo hin, zum Beispiel hier, Plus und Minus, wo er da auch dafür sorgen kann. Ja, und jetzt macht es natürlich wenig Sinn, denn hier irgendwo auf der Seite, wo unser Netzteil da drüben ist und hier 5-Volt-Plus-Minus bringt, hier einzubauen. Am besten ist es immer, man baut ihn so nah wie möglich an den LED-Streifen ran oder an den Mikrocontroller, wenn man hier zwischen Mikrocontroller und LED-Streifen nicht die ultralange Kabelverbindung hat. Und das ist super easy zu machen, genau wie mit dem Widerstand. Ein Elko, da muss man aufpassen, bei normalen Kondensatoren egal, beim Elko ist wichtig, da gibt es hier ein Minus. Das ist die Seite, wo hier auch dieser graue Strich ist. Gleichzeitig erkennt man es auch an den Füßen. Der lange Fuß ist im Plus und der kurze Fuß ist im Minus. Und ihr müsst höllisch aufpassen, dass ihr wirklich Minus an Minus anschließt und Plus an Plus. Sonst kann der nämlich hops gehen und das kann im schlimmsten Fall auch mit einem eklig riechenden, lauten Knall enden. So. Und jetzt könnte ich natürlich den Elko nehmen. Ich könnte mir die Füße hier ein bisschen stutzen oder zumindest ich mache sie gleich lang. Dann habe ich nämlich weniger Arbeit beim Löten und könnte zum Beispiel den Elko hier auf die Plusseite, also die nicht mit dem grauen Strich, wo ein dickes Minus steht, auf hier Plus 5 Volt löten und das Minus-Füßchen auf GND löten. Da wird es schon erledigt. Aber das hier ist natürlich scheiße. Das würde hier dann rumlummel, rumlappeln. Das ist doch schwierig zu löten, weil eng zusammen. Also gucke ich natürlich, dass ich den irgendwie hier in die Spannungsversorgung reinkriege. Und da ist es wiederum am einfachsten, wenn man Vakuum-Glemmen hat und das ist jetzt echt kein Witz. Plus auf das Rote, wo Plus ist und Minus. Hier steht Minus drauf auf dem grauen Streifen natürlich zum Minus hin. Und schon ist der eingebaut. Und das war's. Und jetzt können wir wieder unser Netzteil einstecken, was uns hier die Spannung wieder liefert. Jetzt haben wir einen Elko drin, der das Ganze stabilisiert. Wir haben einen Widerstand drin, der die erste LED stützt. Ich stecke unser Netzteil wieder ein. Und ihr seht, alles funktioniert nach wie vor. Überhaupt kein Unterschied. Die tun einfach ihren Dienst, wenn es denn nötig wäre, was es halt momentan absolut nicht ist. Ja, da ist doch schon das Rätsel gelöst vom Elko. So einfach ist der zu integrieren. Und wie gesagt, ob ihr den jetzt wie ich bescheuert in eine Vakuumklemme steckt oder ob ihr den von mir aus auf eurem LED-Streifen anlötet, auf eurem Board oder wie auch immer in eure Spannungsversorgung bringt, das ist egal. Hauptsache, wenn ihr ihn benutzen wollt, ihr schließt ihn richtig rum an und er ist halt irgendwo zwischen Plus und Minus. Und am besten immer, wie gesagt, so nah wie möglich an den Geräten, die ihr dann auch mit dem eben schützen wollt. In dem Fall wollt ihr die Spannung für den LED-Streifen und für den Mikrocontroller stabilisieren. Dann guckt halt, dass er ihn irgendwo da in die Richtung reinbringt. Ich mache nochmal an, da überhaupt gar kein Problem. Widerstand eingebaut. Und der Elko ist eingebaut. So, das wäre das Thema. Und dann sind wir schon beim nächsten Schritt. Die Sicherung. Ja, ich habe mir hier so einen Sicherungshalter bestellt. Das ist sicher nicht der schönste. Ich verlinke ihn auch wieder unten. Da kann man diese Sicherung aus dem Automobilbereich reinstecken. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt drin habe. Die habe ich einfach rausgefischt. Egal, wird auf jeden Fall groß genug sein, weil da waren ziemliche Oschis dabei. Und ja, gibt es in tausend Variationen. Ich habe jetzt einfach den genommen und legen wir einfach los. Wir haben also einen Sicherungshalter und in dem Fall ist hier einfach eine Kabelschlaufe dran. Die muss man aufschneiden. Und die Sicherung macht ja auch nichts anderes. Die sorgt ja nur dafür, dass wenn hier über die Sicherung selber, da sind auch Metalldrähte drin oder ein dicker Metalldraht, wenn da zu viel Strom drüber fließt, wird der dünne Draht heiß und schmilzt oder verkokelt, verbrennt, was auch immer und unterbricht die Stromzufuhr. Also ist es wichtig, dass die Sicherung logischerweise das erste Glied in der Reihe ist. Das heißt, wir haben hier unser Netzteil. Da kommen ja die 5 Volt über das rote Kabel an. Und das hier ist ja unser erstes Glied. Von hier aus wird alles betrieben. Das heißt, wenn irgendein Teil hier hinten spinnt, ein Kurzschluss ist, irgendwas schiefläuft und zu viel Strom fließt hier hinten, muss ja die Sicherung ganz, ganz vorne die Spannungsversorgung abschalten. Und genau aus dem Grund bauen wir die auch ganz hier vorne ein. Das ist wieder ganz einfach erledigt. Wir nehmen unser Sicherungsgedöns, wir isolieren das ein bisschen ab. Wir müssen es ja mit irgendwas verbinden. und in meinem Fall super easy. Ich kann ja hier einfach die Vakuumklemme aufmachen, kann das Kabel von unserem Netzteil rausziehen. Nochmal hier, damit man es gescheit sieht. Das ist jetzt das, was vom Netzteil kommt, ziehe ich hier raus, stecke dafür meine Sicherung rein, greife bei mir in die Schublade und hoffe, dass ich noch eine Vakuumklemme finde. Hammer genug. Ich nehme noch eine Vakuumklemme und schließe hier mein Netzteil an und natürlich wieder die Sicherung. Und jetzt gehen wir das Ganze einmal kurz durch, was jetzt hier passiert ist. Wie gesagt, wir haben den Plus vom Netzteil. Unser Netzteil steht hier drüben, kommt hier an, wird über diese Klemme mit unserer Sicherung verbunden, Eingang. Also ist egal, wie rum man die dreht. Ich sage jetzt einfach Eingang. Dann geht es hier wieder raus auf die nächste Klemme und von der Klemme geht es auf unseren LED-Streifen und über den LED-Streifen, haben wir ja vorhin gesagt, wird auch Plus unser Mikrocontroller versorgt und weiß der Geier, was wir noch dran haben. So, und das war es schon wieder. Und schon können wir unsere Spannung wieder einschalten. Das ganze Ding leuchtet wieder, unser ESP funktioniert und die Sicherung sorgt jetzt dafür, dass würde hier jetzt ein zu hoher Strom durchfließen, weil da hinten irgendwas passiert. Alles, was jetzt hier an diesem Plus dran hängt, ist jetzt geschützt über diese Sicherung. Und da müsst ihr nur drauf achtgeben, dass ihr euch eben eine richtige Sicherung reinmacht. Das ist wichtig. Also wenn ihr hier jetzt eine 15 Amper Sicherung reinmacht, schaut mal, die gibt es nämlich in tausend verschiedenen Varianten und wenn ihr hier jetzt anfangt und eine 15 Amper Sicherung reinmacht, für ein 8 Ampere Netzteil oder für Kabel, die einfach nicht für den Strom gemacht sind, dann wird es die Sicherung nicht jucken, wenn es da hinten brennt. Ganz klar. Also ihr müsst schauen, dass ihr eine Sicherung holt, die zu eurem Netzteil und zu dem, was ihr hier macht, passt. Also bei meinem Netzteil, so wie ich es verwende, mit 8 Ampere, das darf 8 Ampere auch bringen, würde ich natürlich eine Sicherung reinmachen, die irgendwie knapp über 8 Ampere ist, von mir aus 9, dass ich weiß, wenn es da hinten wirklich mal kritisch wird, die Sicherung löst auch aus. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich sage es nochmal, ich habe es auch schon eingangs gesagt, wo ich die Theorie ein bisschen gemacht habe, wenn ihr ein Netzteil habt, das kurzschlusssicher ist, ein Netzteil habt, das Überspannungs- und Überstromschutz drin hat, dann braucht ihr das nicht unbedingt. Für alle, die besser schlafen wollen, die machen sowas. Und in welcher Form ihr das macht, ob jetzt mit so einem Adapter, wie gesagt, ich habe es unten verlinkt oder sonst irgendwas, ist egal. Ihr müsst auch nicht diese Vakuglemmen hier benutzen, ihr könnt es auch verlöten und Schrumpfschlauch drum machen. Ihr könnt wie auch immer das verbinden, euch eine Leiterplatte basteln, für die Fortgeschrittenen mit Steckklemmen drauf, wo ihr dann das alles verklemmt. Da seid ihr völlig frei. Aber hier zum fliegenden Aufbau hier auf dem Tisch, um das einfach zu zeigen, ist das mit Vakuglemmen einfach eine tolle Sache. Und die heben auch. Das ist sicher, das kann man schon so machen. Und man muss halt nur dafür sorgen, dass dann zum Beispiel jetzt hier bei dem Elko, das hier halt nicht ewig rumgewackelt ist, der muss halt dann nachher irgendwie damit festgebunden, festgeklebt werden. Da kann man das zum Beispiel die zwei Vakuglemmen hier so zusammenstecken. Dann habe ich hier einen schönen Kabelstrang und könnte den Elko jetzt hier einfach schön miteinander verbinden. Und ja, auch wenn es viele immer aufregt und viele immer meinen, das ist alles Quatsch und mir brennt die Bude ab, nehmt verdammt nochmal Elektrikertape und wickelt es hier einfach rum und ihr habt hier einen schönen Strang. Ja, scheißegal. Jetzt mal ganz ehrlich, dafür ist das Zeug da und das hier, das hier ist gut, ja, funktioniert. Lasst euch da nichts einreden. Ja, das nächste, was wir machen, ist das Rallye. Dafür räume ich aber hier mal erst ein bisschen auf und dann schauen wir uns noch an, wie kann ich denn so einen LED-Streifen komplett ausschalten. Weil es ist ja so, dass wenn ich jetzt das Teil hier anmache und jetzt über mein Handy oder über die WLED-App oder wie auch immer dem Mikrocontroller hier sage, dem ESP8266, du schalt jetzt mal den LED-Streifen aus. Dann ist es ja trotzdem so, dass der hier noch läuft, ja, weil der ist ja immer auf Standby, der läuft ja immer, der will ja auch wissen, wann geht es wieder an. Aber das eigentliche Schlimme daran ist, dass die LEDs auch im ausgeschultenen Zustand ein Watt pro 200 LEDs benötigen. Das ist wenig, aber es gibt halt Menschen, die wollen auch noch das sparen und dann baut man eben so ein Rallye ein, was wir gleich machen. Ich erzähle da ein bisschen mehr drüber. Ich mache es sauber, bis gleich. Beim Rallye wird jetzt das Ganze ein bisschen komplizierter, weil, oder darum, habe ich es mir auch relativ bis zum Schluss aufgehoben und ich weiß, das Video ist schon jetzt mittlerweile schon Filmlänge, aber ja gut, ihr seht ja, es gibt viel zu erzählen, ja, und vielleicht hilft es trotzdem, wir haben ja Kapitelmarker, blablabla, egal. Rallye, da fängt es schon mal an mit dem Strom, den man drüber schalten kann. Dieses Rallye hier kann jetzt 10 Ampere schalten, ja, bei 30 Volt DC, 10 Ampere und auch 230 Volt 10 Ampere schalten. Wir brauchen Gleichspannung, also ich kann damit 10 Ampere schalten. Ich betreibe ja meine LED Streifen mit dem 8 Ampere Netzteil, zumindest bis 5 Meter Länge und maximal 300 LEDs mit dem 8 Ampere Netzteil, also kann ich mir hier diese Platinen kaufen, wunderbar, ich habe da auch ganz, ganz viele von und kann damit meinen Streifen schalten. Wenn ich aber jetzt ein größeres Projekt habe, wo halt einfach mehr Strom zu schalten ist, dann kann ich das vergessen. Dann bräuchte ich theoretisch entweder ein größeres Rallye, was sicher auch irgendwo auf dem Markt gibt, aber so die Standarddinger sind halt nur mal 10 Ampere. Ja. Ich kann natürlich auch zwei, drei, vier Rallyes parallel hängen. Das wäre auch kein Problem, aber standardmäßig unterstützt halt die WLED-Firmware nur ein Rallye. Das heißt, ich kann in der Firmware mir aussuchen, an welchem Pin hängt mein Rallye, da bin ich völlig frei, ich kann sagen, da hängt es dran und da schaltet es. Habe ich ein zweites Rallye, dann muss ich die Firmware umschreiben und für mich neu kompilieren und das wird viel zu kompliziert, das macht man nicht. Von daher, wenn ihr größere Projekte habt und unbedingt ein Rallye braucht, dann müsst ihr euch im Internet ein bisschen erkundigen, wie das funktioniert. Das werden wir heute nicht behandeln. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir ein 8 Ampere Netzteil haben, dass wir maximal 5 Meter LED-Streifen mit maximal 300 LEDs haben und dann ist das wunderbar. Wie gesagt, WLED lässt uns die freie Wahl, an welchem Port wir das anschließen. Das ist überhaupt nichts Problem. Wenn ihr so ein Rallye-Modul kauft, müsst ihr auch noch darauf achten, außer auf den Strom, dass das mal mindestens 10 Ampere kann, dass es ein 3,3 Volt Rallye ist. Weil wir haben ja unsere ESP-Controller und die betreiben wir zwar mit 5 Volt von unserem Netzteil, aber da hinten ist halt ein Spannungswandler drauf und der macht da 3,3 Volt raus. Damit der IC hier, der ESP, der läuft halt mit 3,3 Volt und dementsprechend bringt er auch aus seinen Ausgängen nur 3,3 Volt. Also es muss ein Rallye sein, was mit 3,3 Volt umgehen kann. So viel dazu. Und jetzt wird das Ganze nochmal kurz kompliziert. Dazu hole ich mal schnell den ganzen Glatteradatsch, den wir gebaut haben, hierher. Und das ist auch noch komplett. Da habe ich jetzt auch nichts geändert. Das heißt, ich gehe es gerade mal durch. Unser Netzteil ist hier drüben. Hier kommt die Spannung rein. Geht über die Sicherung. Immer Plus, Minus untereinander. Geht über die Sicherung. Geht auf unsere Vakuglemmen. Da haben wir den Elko reingeklemmt und von dort geht es dann auf unseren LED-Streifen. Also bis hierher alles top in Ordnung. Das Ganze funktioniert auch noch. Ich schalte es gerade nochmal ein. Wunderbar. Vom LED-Streifen geht es dann über die Strippen, die da schon dran waren, die drei, zurück auf unseren ESP8266 in dem Fall. Da ist auch noch der Widerstand drin. Und versorgt den natürlich auch mit Spannung, damit er funktioniert. Jetzt wollen wir aber mit dem Rallye den LED-Streifen von der Spannung trennen, damit er keinen unnötigen Strom verbraucht, wenn er aus ist. Und das heißt, theoretisch müsste das LED hier rein in die Spannungsversorgung, die unseren LED-Streifen mit Spannung versorgt. Ja, jetzt könnt ihr euch aber vorstellen, wenn ich jetzt sage, schalt das Rallye und er trennt hier die Spannung, das ist wie, wenn ich hier mit der Schere einfach oder mit dem Seinschneider einfach mal durchschneide. Klar, unser LED-Streifen ist aus, aber gleichzeitig ist auch unser Mikro-Controller aus und dann machen wir das nämlich nur einmal und kriegen den ganzen Scheiß nicht mehr an, weil unser Mikro-Controller, der muss ja ständig auf Standby sein. Der braucht eine Dauerspannung, damit er auch weiß, wenn ich wieder in meiner App drücke, mache den LED-Streifen an, damit auch das Rallye wieder reagieren kann. Ganz wichtig, also wir können nicht einfach hier jetzt auftrennen, hier auftrennen und sagen, da hänge ich jetzt das Rallye rein. wäre am einfachsten, geht aber nicht. Das heißt, wir müssen das entkoppeln, wir müssen den Mikro-Controller auf die Seite von der Spannungsversorgung bringen, wo immer Dauerspannung ist und das Rallye trennt uns dann nur die Seite, wo ausschließlich der LED-Streifen dran hängt. Genau. Und das werden wir jetzt einfach mal machen, dann könnt ihr das auch nachverfolgen, wunderbar. Und los geht's. So, und das war's eigentlich schon. Wir haben alles angelötet und ich geh's gerade mal ganz kurz durch. Also ich hab das schwarze Kabel an Grauen angelötet, an das G, da haben wir ja vorher auch schon das weiße Kabel vom LED-Streifen angelötet, was ja auch Grauen war. Ich hab das Rote an den 3,3 Volt angeschlossen, hier 3,3 Volt, weil unsere Rallye-Schaltung hier mit 3,3 Volt funktioniert. Die braucht 3,3 Volt. Und ich hab mich hier für den Pin D7 entschieden, als Steuersignal, also um das Rallye an- und auszuschalten, weil da hatte ich hier einfach noch eine Lücke dazwischen und grundsätzlich ist es ja egal, welchen Pin man nimmt. Ja, und das schließen wir jetzt mal am Rallye an, so wie sich's gehört. Da haben wir ja auch die Beschriftung VCC, da gehört also die Spannungsversorgung hin. Das wäre dann bei uns der Rote. Und dann haben wir einmal, hoppala, muss natürlich erst auftreten, bevor man da ein Kabel reinsteckt. So, und dann haben wir einmal in. In ist dann bei uns der Grüne, der nachher das Rallye schaltet. Das war der, der bei uns an D7 hängt. Der kommt in die Mitte. Hier natürlich das gleiche Spiel. Erst auftreten. Und nachher, übrigens, ich hab jetzt da keine Adenthülsen oder irgendwas dran. Ich möchte das jetzt auch nur mal zeigen. Im Normalfall mache ich bei so einzelnen Litzen da und so Schraubverbindungen immer Adenthülsen dran, weil die irgendwann mal brechen können und das ist dann alles nicht so gut. Aber jetzt geht's da einfach nur ums Demonstrieren, damit ihr wisst, wie man sowas anschließt. Und das Ground, den Ground von G hier, vom ESP8266, der kommt hier natürlich an GND. Ganz unten. Und das war's dann im Prinzip auch schon. Und prinzipiell könnten wir jetzt das Rallye schon schalten. Also wir haben jetzt alles angeschlossen. Klar, es ist noch keine Last dran, aber wir könnten jetzt schon mal prüfen, ob wir das Rallye schalten können. Ja, weil das hört man ja. Das Rallye ist ja durch einen deutlichen, jetzt gibt's dauernd um, einen deutlichen Klick zu hören. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und dazu schließen wir den ESP8266 wieder an unsere Schaltung, die wir vorhin zusammengebastelt haben. So, zack. Das heißt, das hier ist noch alles Standard. Wir haben jetzt nur zusätzlich am ESP8266 noch ein Rallye dran. Und das schalten wir jetzt. Und dazu schalte ich die ganze Schaltung nochmal ein am Netzteil. Netz sieht man schon, da ist auch sogar noch hoher LED drauf. Seht ihr mal, das Rallye hat geschaltet und der LED-Streifen ist an. Und wenn ich jetzt den LED-Streifen ausschalte über die W-LED-App, schaltet das Rallye auch aus. Man hört es auch deutlich. Ich hebe es mal ein bisschen an mein Mikrofon. Ich schalte jetzt über die App an und ich schalte über die App aus. Wie ihr seht, hat das alles wunderbar funktioniert. Und jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass das Rallye das hier nun mal jetzt wunderbar schaltet, auch wirklich unseren LED-Streifen schaltet und unser Mikrocontroller trotzdem gleichzeitig immer dauernd Spannung bekommt. Und das können wir jetzt eigentlich relativ einfach umsetzen. Ich tue den Mikrocontroller hier nochmal trennen. Also ich habe jetzt unsere Mikrocontroller-Rallye-Schaltung erstmal abgetrennt. Die machen wir mal weg. Und dann trennen wir mal den LED-Streifen, einfach nur damit es dann besser zu sehen ist, auch komplett von der Spannungsversorgung. Das heißt, ich habe jetzt hier unsere Spannungsversorgung, Plus, Minus, die geht bis hierhin auf die Vakuum-Klemmen. Und das war's. Und unser LED-Streifen ist wieder lose. Ja. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was schalten wir denn genau beim LED-Streifen? Wir schalten also nicht den Minus, hier ist er, der weiße, den Minus. Wir schalten die Spannungsversorgung den Plus 5 Volt. Ja. Das heißt, im Prinzip können wir schon mal sagen, da ich den ja schalten will, hänge ich den schon mal an meinen Rallye dran. Jetzt habe ich das falsche gegriffen. Hier ist unsere Rallye-Schaltung. Den hänge ich jetzt am Ausgang dran. Und warum ihr das hier anschließt, ob ihr jetzt die oberen, also Mitte oben, Mitte unten nehmt, das ist scheißegal. Weil, klar, hier habe ich im ausgeschalteten Zustand Durchgang und hier nicht. Also von oben nach Mitte habe ich Durchgang, von Mitte nach unten oder von unten nach Mitte nicht. Wenn das angezogen hat, ist es gerade andersrum. Dann ist hier der Durchgang weg und hier nicht. Ist im Prinzip einfach nur ein Wechselschalter. Da ich aber in der WLED-App diesen Pin hier, der das Ganze steuert, umdrehen kann, also einfach sagen kann, wenn ich die LED-Streifen anschalte, mache ich hier High und wenn ich ihn ausschalte, mache ich hier Low und dann kann ich das nämlich auch invertiert machen, gerade andersrum, verhält sich das natürlich insgesamt auch andersrum. Das heißt, im Prinzip kann ich es anschließen, wie ich will. Ich nutze jetzt einfach den oberen, da schließe ich den LED-Streifen an und das sollte man auch aufschrauben vorher. Und das Einzige, was ich halt dann nachher mal machen muss, ist in der WLED-App das einmal ausprobieren, ob es richtig rum ist. Wenn nicht, dann invertiere ich das Signal einfach und das war es. Das funktioniert wieder. Wer es halt gleich richtig von vornherein zum Laufen bringen will, der muss halt da gucken, Öffner, Schließer, hin und her. Es ist aber schnurzpiepegal. Das heißt, unser LED-Streifen hängt dran, die Spannungsversorgung. Jetzt brauchen wir nur noch von unserem Netzteil die Spannung, die hier natürlich durchgeschleift wird. Ganz klar. Und dazu brauchen wir wieder ein Stück Kabel. Ich habe hier noch was auf der Rolle. Das habe ich nämlich jetzt ausnahmsweise nicht vorbereitet. Und das machen wir jetzt einfach schnell. Da stecken wir auf der einen Seite natürlich wieder in die Vakuum-Klemme, wo die 5 Volt ankommen. Und auf der anderen Seite machen wir dann klar das Relais dran. Schrauben wir erst wieder auf. Wir schauen uns gleich nochmal genau an, wie das dann alles in welche Richtung jetzt fährt, dass er da auch genau Bescheid wisst. So, dann bambelt hier noch unsere Masse rum. Und die können wir jetzt wieder anschließen, wo wir wollen. Wir können sie hier vorne mit runterhängen. Wir können sie aber auch genauso gut wieder in die Vakuum-Kleppe reinstecken, wo natürlich grauend herkommt, Masse. Und das war's. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, haben wir von unserem Netzteil, halt, ich bin ein bisschen zu hoch, von hier kommend, haben wir plus auf die Vakuum-Klemme. Von der Vakuum-Klemme gehen wir ins Rallye. Vom Rallye wieder raus auf den LED-Streifen. Und das heißt, wenn hier geöffnet wird, hier zwischen, liegen hier keine 5 Volt an. Und wenn hier geschlossen wird, liegen hier 5 Volt an. Der LED-Streifen ist angeschlossen. Wunderbar. Jetzt haben wir das kleine Problem, dass unser Mikrocontroller noch nicht funktioniert. Würde ich den jetzt hier wieder an den Stecker am LED-Streifen anschließen und das Rallye würde hier öffnen, wären natürlich hier auch keine 5 Volt mehr dran, weil der LED-Streifen hat keine Spannung mehr. Dann würde der Mikrocontroller, der SB8266 hier ausgehen, ich würde ihn nie wieder anbekommen. Das heißt, wir müssen natürlich jetzt von ganz vorne, ja, von hier, wo unsere 5 Volt ankommt, müssen wir natürlich jetzt unseren Mikrocontroller speisen. Und das mache ich jetzt in dem Fall so, ich schneide mir hier einfach das rote Kabel ab, was für die 5 Volt Spannungsversorgung nun mal zuständig ist. Und klemm mir das jetzt hier einfach mit unter die Vakuumklemme drunter. Und ihr seht schon, ich habe gesagt, es wird ein bisschen komplizierter. Also kompliziert ist eigentlich gar nicht, aber halt hier von der Schaltung hier auf dem Tisch, das alleine schon zu zeigen. Die anderen zwei Kabel, die Steuerleitung und die Masse, die kann ich ja mit hier am Stecker dran lassen, weil wir schalten ja nur die 5 Volt an und aus. Masse liegt ja immer dauernd an, das haben wir nirgendwo getrennt. Das heißt, da stecke ich einfach wieder den ganz normalen Stecker an. Und wenn ich das jetzt irgendwie halbwegs hier hingelegt kriege, dass man das nochmal zeigen kann. Also im Prinzip haben wir über das Kabel von ganz am Anfang immer noch den weißen und den grünen verbunden. Der weiße, wo es zu unserem ESP8266 hier geht, der ist ja über den Stecker, über den LED-Streifen, über das Kabel mit unserer Vakuumklemme verbunden, wo der Grauen die Masse, der Minus ja hinkommt. Und der grüne ist sowieso über den Stecker mit dem LED-Streifen verbunden. Das ist ja das Datensignal für den LED-Streifen. Und die Spannungsversorgung für den Mikrocontroller, für den ESP8266, haben wir uns direkt vom Netzteil geholt, über die Vakuumklemme. Also es geht ja hier rein, über die Sicherung in die Vakuumklemme. Dann einmal ins Rally rein, da wieder raus zum LED-Streifen und einmal über die Sicherung, über die Vakuumklemme direkt auf unseren Mikrocontroller, dass der dauernd mit Spannung versorgt ist. Und das war alles. Und ich kann das jetzt im Prinzip einschalten und das machen wir dann auch jetzt schnell. Und dann schauen wir mal, ob das vielleicht sogar schon zufällig richtig verschaltet ist oder ob wir es in der W-LED ab noch umstellen müssen, damit es funktioniert. So, ich habe gerade noch mal ganz kurz was umgehängt und zwar habe ich doch die unteren beiden genommen, weil mich das mit der LED gestört hat. Das war nämlich so, dass die LED immer im ausgeschalteten Zustand an war und im angeschalteten Zustand aus. Deswegen habe ich jetzt hier die zwei unteren genommen. War mir einfach lieber. Aber da seht ihr, es ist im Prinzip egal, warum ihr das macht. Der Ausgang ist halt normal offen und der Ausgang ist halt normal geschlossen und wenn das schaltet, dann ist halt der geschlossen und der hier ist offen. Das ist relativ wurscht. Ich wollte es so, deswegen habe ich jetzt den mittleren zum unteren genommen. Und jetzt testen wir das Ganze mal. Ich habe das Netzteil schon aktiviert. Das heißt, alles ist mit Spannung versorgt und ihr seht, im Prinzip ist alles tot. Und jetzt schalte ich über die W-LED-App einfach mal den LED-Streifen an und wir schauen, was passiert. Ah, und ihr habt es gehört, das LED hat geschaltet. LED-Streifen leuchtet. Wunderbar. Und wenn ich ausschalte, geht erst der LED-Streifen aus und dann schaltet das Rally aus. Unser ESP wird noch mit Spannung versorgt. Ich kann ihn jederzeit über die App wieder einschalten. Ich kann ihn über die App wieder ausschalten und wieder einschalten. Also ihr seht, das funktioniert wunderbar. Ich hoffe, ihr hört auch das Klicken. Ihr seht es auch hier an der LED vom Rally. Und das war es schon. Mehr braucht ihr zu dem Thema eigentlich gar nicht wissen. Das ist easy, leicht anzuschließen. Am Schluss, in der Kombination aus allem, Widerstand, Elko, Rally, ist das Sicherung, habe ich vergessen. Sicherung noch, ist das halt ein Kabelgewurschtel. Da muss man wirklich gucken, wie man das dann alles ordentlich macht, ordentlich verlegt, vielleicht in ein Gehäuse packt oder da auf eine Leiterblatte aufbringt. Wie auch immer. Ja, das sei doch völlig frei. Mir ging es jetzt heute einfach mal nur um die Verkabelung von dem Ganzen, damit ihr einfach mal seht, das ist eigentlich kein Hexenwerk. Ich schalte noch mal aus. Klack. Und der LED-Streifen ist komplett spannungsfrei. Und ich sehe jetzt auch, primär fließen jetzt noch 69 Milliampere. Das ist natürlich die Schaltung hier, die läuft. Und der ESP, der läuft. Aber egal, wie viel LED-Streifen ihr jetzt dran hättet, Achtung, maximal 10 Ampere. Es würden halt nur 69 Milliampere fließen. Und das war's. Ja, und andersrum, ohne Hölle fließt halt 1 Watt. Das heißt, 1 Watt, 1 Watt pro 200 LEDs. Ja, soviel zu dem Thema. Wir gehen jetzt noch schnell den letzten Punkt durch. Und das ist der einfachste. Dazu muss ich aber hier ganz kurz noch was vorbereiten, weil ich will es jetzt wirklich schnell machen, damit das Video nicht noch länger wird. So, und das Letzte, was wir uns anschauen, ist einfach nur, dass egal, ob ihr einen LED-Streifen habt oder jetzt so eine Ring-LED-Gedöns hier, es ist WS2812B und es ist genauso einfach anzuschließen. Ich habe das jetzt hier schon vorbereitet. Wie gesagt, ich wollte ein bisschen Zeit sparen. Hier schließt, muss man, also hier sind keine Kabel dran an diesen Ring-Dingern. Hier muss man sie selber dran löten und auf der Rückseite steht einfach D1 oder DI, 5 Volt, GND und DO. Und der DI ist der Eingang von dem Ganzen. Da muss unsere Datenleitung rein. 5 Volt, ganz klar. Da muss eine 5 Volt Spannungsversorgung dran und an GND ganz klar wieder unser Ground, unsere Masse, unser Minus, unsere Erde, was eben von unserem Netzteil ganz vorne, kommt. Die müssen eh immer alle miteinander verbunden sein. Ich habe das jetzt hier schon mal angelötet und im Prinzip könnte man jetzt hier einfach noch einen zweiten anlöten. Da nimmt man einen zweiten Ring neben dran oder von mir aus auch einen LED-Streifen. Ich kann jetzt auch den LED-Streifen nehmen und den grünen, die Steuerleitung, einfach hier an DI anschließen und dann wäre das hier mein erster Streifen in Ringform. Da würde es dann weitergehen zum zweiten. Und da könnte ich zum Beispiel dann in WLED auch mit Segmenten arbeiten und Spielereien machen, wie auch immer. So, ich will es ganz kurz anschließen und zeigen, dass es funktioniert. Wir brauchen, wie gesagt, erst mal 5 Volt und Ground und ich glaube mir, das einfache Zier von unserer Rallye-Schaltung. Ich habe das schon hier kurz geöffnet, weil ich nehme die 5 Volt natürlich von der geschalteten Rallye-Seite von gerade eben. Das ist der schwarze. Ich habe jetzt leider drei schwarze Kabel genommen, aber spielt ja auch keine Rolle. Drill den hier geschwind mit drauf, ist ja nur zum Zeigen und klemm es hier mit runter. Das heißt, unser LED-Ring wird eben auch über das Rallye mit 5 Volt versorgt oder auch nicht. So, das wird jetzt mal funktionieren, denke ich. Und GND, also Erde, hole ich mir genau von der anderen Seite. Da haben wir ja einen Erdanschluss dran, einen grauen Anschluss dran. Der bambelt hier auch schon rum. Und da hole ich es mir her. Ich hätte auch von der Vakuum-Klemme nehmen können. Gerade egal, aber auf der Vakuum-Klemme war jetzt gerade keiner frei. Und so geht es jetzt einfach für mich mal schneller und einfacher. So. Und jetzt ist der Ring hier schon mal mit Spannung versorgt. Und jetzt muss ich natürlich noch den Daten-Pin anschließen. Und ich schließe jetzt den einfach mal. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier hinten am Mikro-Controller, das sage ich schon, am LED-Streifen anschließen in Reihe. Das würde einfach heißen, dass dann die LEDs aus dem Streifen die Anzahl plus diese Anzahl dann mit da dran wären. Und dann könnte ich da das in Segmente teilen. Könnte sagen, Segment 1 mache irgendwas mit dem Streifen und Segment 2 soll irgendwas im Kreis laufen. Wie auch immer. Ich schließe den jetzt einfach parallel an. Das heißt, ich will ihn ja nur kurz leuchten lassen. Und darum löte ich ihn jetzt einfach beim LED-Streifen ganz kurz auf den mittleren Pin an. Also da, wo der Daten-Pin nun mal ankommt beim Streifen. Das ist jetzt ein bisschen mir, was ich hier alles erzähle. Ich weiß, aber ich weiß nicht, wie es das erklären soll. Wir haben ja das grüne Kabel, was ja die Daten an den LED-Streifen sendet. Und das ist ja das mittlere. Da steht hier auch D0 am Streifen. Und ich brauche irgendwie auch Daten für unseren Ring. Und ich schließe das jetzt einfach. Schau doch mal, es hat sich mit Kabel gelöst. Egal, machen wir gleich. Ich schließe das jetzt einfach hier parallel mit an. Das heißt, jeden Befehl, den ich dem LED-Streifen gebe, bekommt unser Ring auch. Die Anzahl der LEDs ist zwar nicht die gleiche, aber es geht jetzt nur mal ums Demonstrieren. Und mir ist hier die Masse rausgeflutscht. Die stecke ich jetzt nochmal geschwind rein. Deswegen bitte macht nicht so einen Scheiß und klemmt da doppelt und dreifach drunter und benutzt auch immer Aderenthülsen, wenn ihr so Schraubklemmen habt. Ist einfach besser. Aber es geht ja nur ums Grundsätzliche Verstehen, wie das verschaltet wird. Und jetzt gehen wir einfach mal davon aus, ich habe keinen LED-Streifen dran. Ich schließe jetzt quasi an meinen Mikrokontroller an den D4. Einfach den Datenpin an, hole mir irgendwo, wie jetzt auch vom Relais, 5 Volt und hole mir Masse von der Vakuumklemme. Das haben wir gerade mit dem Mikrokontroller gemacht. Das ist 1 zu 1 das Gleiche. Diese drei Kabel, die wir hier haben und über die wir die ganze Zeit sprechen, sind einfach diese drei hier. Und das war es auch schon. Jetzt kann ich mein Netzteil wieder aktivieren. Und ihr seht, LED-Streifen leuchtet. Der ist aber jetzt mal obligatorisch weg. Und ich kann jetzt hier genauso die Farben einstellen. Jetzt sind wir auf Rot. Ich stelle es mal auf Blau und danach auf Grün. Und das funktioniert wunderbar, ob das jetzt so ein oller Ring ist oder so ein Streifen. Das, was wir jetzt die ganze Zeit Schritt für Schritt angeschlossen haben, funktioniert mit jeglicher Form von LEDs, WS2812B und so weiter und so fort. Gar kein Problem. Und ich schalte jetzt mal aus, dann klickert auch wieder unser Relais. und klack und die ganze Schoße ist spannungsfrei und das war es. Ja. So viel zu dem ganzen Thema. Ich weiß, das ist ein Kinofilm, den ich gedreht habe. Zwar nicht annähernd so spannend, aber sehr, sehr, sehr lange und dafür haben wir aber die Kapitelmarker zum Glück und wir sehen uns jetzt noch ganz, ganz kurz zu einem kleinen Schlusswort und ja, bis gleich. Ja, und das war es. Endlich möchte ich fast sagen, weil ich habe ewig lang an dem Video gedreht und genau so lang ist dann auch geworden und ich habe es mir am Anfang auch ganz anders vorgestellt, so ein bisschen mit Diagrammen zeigen und kurz erklären und so und so schließt man es an. Das geht natürlich viel schneller, wie wenn man erst mal so ein bisschen in die Theorie geht und nachher das Ganze wirklich auch am Tisch zeigt, wie macht man was und es gibt halt so viel zu erklären. Eigentlich hätte man noch noch eine Stunde länger darüber reden können und es noch genauer machen. Wie auch immer, es gibt Kapitelmarker, ich habe es ganz am Anfang ja und in der Mitte und überall schon x-mal gesagt, man kann ja von Punkt zu Punkt springen, was einen interessiert und kann es dann eben live sehen und ich kenne das auch aus dem Bekanntenkreis, es ist halt doch besser, wenn man sieht, hey, wie schließt du das an und dann kann ich es nachverfolgen, habe das wirklich in echt und nicht auf irgendeinem Schaltplan, der im Prinzip das gleiche abbildet, aber womit viele Menschen einfach trotzdem Probleme haben. So, jetzt mache ich es nicht noch länger, ich sage nur noch, dass der Teil 2 bald kommt, da geht es nämlich dann um WLED an sich, da flashen wir nur kurz WLED auf die zwei ESP-Boards und dann gehen wir Schritt für Schritt die Software von A bis Z durch mit allen Möglichkeiten, die es gibt. Ja genau, auch nochmal das mit dem Rallye, dass man nochmal sieht, wo stelle ich denn das mit dem Rallye ein, das wir gerade angelötet haben. Ja, ich wollte es einfach nicht mit hier einblenden, sonst hätte ich das Ganze noch in die Länge gezogen, ja, weil so ein Video Hardware inklusive nebenbei Software, das wäre dann drei Stunden lang gewesen, ja, keine Ahnung, wie ich das hätte verwurschtelt sollen, deswegen machen wir das so in drei Teile und dann haben wir alles zusammen. Naja, ich hoffe, dass viele, viele Menschen daraus was rausziehen können, dass er profitiert davon und verabschiede mich, bin fix und fertig, war wirklich viel Arbeit, wir sehen uns bei Teil 2, bis dann. Bis dann.